Stephanie, so was tu mitmachen... NEIN Ok die Map kenne ich nochmal überhaupt nicht obes Ich will sowas spielen Ich spiele Maze pipeline Maze is schwach Sag das nicht Let'sen Mae is schwach A ну Aaaaaaah! Ach so, wir sind Attack. Ne, er ist schwach. Aaaaaaah! Amazing, amazing hier. Ja, amazing! Keine Ahnung. Oh! Den Kranian, du musst jetzt wieder aimen mit Hanso. Ja, ich weiß. Ja, seit der Patch hier ist. Tja. G-B-X-Infanterie-Bastillion. Aha. Schwer-Einsatzgruppe Crusader 1. Ja, nice. Ich kann an die Decke treten. Ever get that feeling? Jo, wie sieht das aus einer anderen Perspektive aus, wenn ich an die Decke trete? Wo bist du? Unten am Eingang. Okay. LOL. Ähm, du trittst die Decke. Mach mal, mach mal. LOL. Warte, wirklich? Let's get through it all again. Ever get that feeling of deja vu? Beth. Ever get that feeling of deja vu? Beth. Aber warte, bleib mal so stehen. Was tust du? Sind wir Angreifer? Ja. Ne, ich weiß. Komm gleich. Komm hier hin. Hier mit. Das ist ein Gegner. Ich bin eine Reinhard. Einfach. Good. Ja, meine Reinhard! Was? Ja, oh. Wir brauchen Reinhard-Counter. Nein. Ja, ich bin Reinhard-Counter. Ich hab den ersten getötet und dann hab ich zwei verprügelt. Wir brauchen alle Reinhard. Lasst alle Reinhard nehmen. Auf jeden! Alle Reinhard! Ja, okay, wenn ich sterbe. Ja, wenn ich sterbe dann. Ja, wenn ich sterbe dann. Alter, wieso habt ihr so ein Ulti? Und wieso war mit der Destloid? Und dann bin ich in der Mitte fängt. Doppelkill! Ha 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 ha! Ha ha ha! Double kill! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Nein, nein, nein! Ich bin der einzige Grund bei dem Golden Scan. Ey, Thomas! Was? Weg damit! Ich weiß nicht, was du meinst. Okay, warte, ich mach nur meine Hult noch. Die war... Ich geh ja schon. Meine Schesse. Erst von Abgrund springen. Aktiviert alle euer Schild! Ihr habt alle euer Schild aufm Payload aktiviert. Sind alle gestorben. Nein, ich hab grad ein reiner Hulte. Nein, der hat mich umgehauen! Wo? Was? Wie viele Urils? Jemand hat gerade die Hulte benutzt, dass noch alle am Boden lagen. Nein! 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 Das hat die Hulte wieder schieben. Back into this room! My ultimate is ready! Join me! Ich hab nur zwölf Leben! Ich hab nur zwölf Leben! Ich hab nur zwölf Leben! Pfff! Ich hab nur gewinnt! Ich hab nur gewinnt! Nein! Nein! Wieso wurdest du gebilden? Alter, ohne Spaß zu sein! Ich hab nur gewinnt! Oh, ich fiel grad die ganze Zeit lang. So aufweich! Wann seid ihr denn hier? Bin hinter dir! Hier. Dürfen wir ihn! It's strange! Cut! Noll! Nix kann man downer, alter! Aha! Ich bin fast tot! Du bist alle fast tot! Ich brauch ein Heal! Payload, der healt euch! Ja, ich bin bei der Payload! Ja, dann such mal die! Ich hab noch 20 neben! Nein! Alter! Nein! Wir haben Lucio! Sie haben Lucio! Das ist cheating! Ja! Egal! Ja! Ich hab den Lucio gepinnt! Oh was? Meine Ulti hat nichts gebracht! Meiner hat dafür getroffen! Ich hab den Lucio gepinnt! Ich hab den Lucio gepinnt! Ich hab den Lucio gepinnt! Waaaaaah! Alter, gerade zu drei Leuten gestritten. Uuuuh, boaaat! Alter, der dußt so. Haha, fast! Gerade beide ineinander gecharged, einfach füchereinander durch. Scheiße, Scheiß. Nein! Scheiße. Das sind so viele Gegner da schon drauf. Ja! 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 Ich lech mich doch gar nicht! Und keiner hat untereinander gepennt! Ja! 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 Schön gemacht! Noch den weggepinnen! Oh, wir gewinnen! Oh Gott! Oh geil, ein großes Hype! Oh, fick dich Banana Flip! Banana Flip hat nicht ausgedrückt! Es ist einfach so! Oh, mein Gott! Ich bin auf dem Vagant! Das ist richtig! Ich bin auf dem Vagant! Das ist richtig! Die Spurlinge mit der Böde! Was passiert hier? Hahahaha! Alter, ohne Spaß! Ich komm halt vor! Klicke zwei Ultra Flicken nur noch am Boden entspannen! Ja, muss ich sehen werden! Oh, ne, bist du nicht los, Johan! Das ist geil! Nein! Ich bin von der Brücke gefallen! Weil er mich beim, beim Pin gestriffen hat! Wir müssen jetzt mal alle zusammenengaggen! Und die Ultis hintereinander rauskommen! Wir haben fünf Ults! Vier! Vier! Nein! George! Aria kommt ja mal an der Seite! Wie viele Leben noch von uns! Ich will hab'n Neuen Leben! Ich werde tot! Auch tot! Wir waren alle zu greedy auf unserer Ult! Nein, nicht alle! Ich hab beide gleich, ich hab andere gewonnen. Ich hab meine Ult noch! Also ich hab meine Ult auch. Das nützt uns ja nix. Okay, jetzt haben wir sie zu 3. Ich hab gerade 5 Leid insgesamt. Mit einer Ult. Also ich hab noch Ult. Wenn die noch mal kommen, kann ich noch einmal Ult. Alter! Boah, was? Hast du gerade Ult gemacht? Ja, schon zur zweiten Mal. Das ist halt unfair. Oh, bin tot. Ja, ohne Lucio hat mir gewonnen. Schade. Scheiß Lucio. Just for now to the report, Lucio. Come on, ich hatte 36 Eliminations. Nehmen wir auch an Lucio. Ja, Lucio ist ja fast genauso gut wie der Palo Thiel, ne? Bullshit.